Wie sieht eigentlich Straßenverkehrsordnungskonformer Protest aus? Und wie können wir die Straßenverkehrsordnung benutzen, um eine positive Mobilitätswende zu erreichen? Laura Fritsche bezeichnet sich als feministische Verkehrsplanerin und Radfahrerin. Sie wird uns im nächsten Vortrag erklären, wie die StVO eigentlich genau aussieht und wie VerkehrsteilnehmerInnen sie benutzen können, um zu einer positiven Mobilitätsentwicklung beizutragen. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, hallo von meiner Seite. Laura hier hat schon gesagt, feministische Verkehrsplanerin. Ich habe Erfahrungen sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der Verwaltung, was in der Hinsicht vielleicht ganz interessant ist. Und das Ziel von mir ist tatsächlich eine bessere Stadt für alle, in der sich alle gut bewegen können und von A nach B und von B nach C kommen. In meinem Vortrag werde ich kurz eine Einführung machen, was denn eigentlich gerade so die Probleme sind und was es auch für Lösungsansätze gibt und warum ich die vielleicht nicht für ganz ausreichend halte. Und komme dann zu dem großen Punkt, dass ich zu den drei Mobilitätsarten zu Fuß und auf dem Rad und auch im Auto ein paar Tipps gebe, wie können wir uns verhalten, was total legal mit der StVO ist, um insgesamt den Verkehr auf der Straße ein wenig zu verändern. Und am Ende kommt natürlich noch eine kleine Zusammenfassung, damit das für alle in den Köpfen bleibt. Unser erstes Problem ist, und ich glaube, darüber muss ich nicht großartig reden, die anstehende Klimakatastrophe. Jetzt haben wir auch noch die Neuigkeiten von diesem riesigen Gletscher, der auseinanderbrechen wird. Der Verkehrssektor in Deutschland, das ist übrigens, ich habe alle Daten, die ich hier so nenne, sind immer auf Deutschland bezogen. Der Verkehrssektor ist für 20 Prozent unserer CO2-Emissionen verantwortlich, davon auch 96 Prozent der Straßenverkehr und die Emissionen sind aber seit 1995 nicht wirklich gesunken. Das heißt, da gibt es was zu tun. Und dazu haben wir noch das Problem des Rebound-Effekts, dass wenn die Effizienz steigt, also das heißt, man verbraucht weniger Zeit für eine Strecke oder halt auch weniger Geld, weil weniger Kraftstoff gebraucht wird zum Beispiel. Das hebt sich wieder auf, weil dann Menschen einfach mal weiterfahren. Die Anzahl von Zielen bleibt einigermaßen gleich und auch die Zeit, die man verbringt, aber dann werden die Wege halt einfach weiter und man merkt, dass man sich weiter bewegen kann. Problem zwei sind die Gesundheitsfolgen. Wir haben in Deutschland über 3000 Verkehrstote jährlich, letztes Jahr jetzt mal wegen Corona ausgenommen. Das braucht man vielleicht in der Hinsicht nicht gleich mit zu betrachten. Was aber auch dazu führt, dass wir fast 340.000 Betroffene von diesen Verkehrstoten haben. Das sind nämlich Familie, enge Freunde und Freundinnen, weitere Freundinnen, Bekannte und auch die Einsatzkräfte, die zu diesen Orten müssen, wo Menschen dann auf der Straße gestorben sind. Dazu kommen über 65.000 Schwerstverletzte und 300.000 Unfälle insgesamt mit Personenschaden in Deutschland jährlich. Auch wenn die Verkehrstoten sinken, ist das die Situation. Dazu kommen die Emissionen, die auf uns einprasseln, nämlich Lärm. Und wir wissen, dass Lärm ab einer bestimmten Grenze über einen langen Zeitraum durchaus die Gesundheit sehr negativ beeinflusst. Dazu die Stickstoffoxide und die Feinstäube, gerade in den Städten. Und dazu kommt dann auch noch der Bewegungsmangel. Denn dadurch, dass sich viele Menschen im Auto befinden, bewegen sie sich wenig. Selbst die Menschen, die den ÖPNV nutzen, laufen immer noch mehr. Einfach mal, weil sie bis zum ÖPNV-Haltepunkt laufen müssen. Dann Problem 3. Zu viel Autoverkehr. Man kann es tatsächlich auf den Autoverkehr ganz eindeutig beziehen. Denn diese Fahrzeuge stehen, deswegen könnte man sie auch Stehzeuge nennen, 23 Stunden am Tag rum. Und befördern im Durchschnitt nur 1,4 Personen. Im Berufsverkehr sind das sogar nur 1,2 Personen. Also noch geringer besetzt. Das heißt, man könnte überlegen, man könnte, wenn man sich morgens die Straßen in der Stadt anguckt, mit einem Viertel bis einem Fünftel all dieser Fahrzeuge genau die gleichen Menschen transportieren, die gerade in diesen ganzen Autos sitzen. Und die Anzahl von Autos in Deutschland nimmt zu, stetig. Und zwischen 2011 und 2020 zum Beispiel um 12 Prozent. In Berlin, das ist eine nicht ganz so motorisierte Stadt, hat es um 9 Prozent zugenommen. Also etwas weniger. Und nur mal als Vergleich, was brauchen diese Autos an Fläche? Deswegen gibt es auch dieses schöne Bild aus Münster. Das ist übrigens aus dem Jahr 1990, wo Münster ein Bild gemacht hat, wie kann man 72 Menschen transportieren. Hat das einerseits mit Autos gezeigt und mit Fahrrädern und mit dem Bus. In Deutschland verbrauchen die Autos, die wir haben, das sind mittlerweile fast 49 Millionen, mal als Vergleich eine Fläche von zwei Einviertel-Saarländern. In Berlin wäre es die Fläche von sieben großen Tiergärten. Wenn man den generellen Wert, den man so hat, von 12 Quadratmeter für einen Parkplatz ansetzt. Und das ist auch noch so, dass natürlich die Autos in der Mitte nicht wegfahren könnten. Da wären keine Straßen zwischen. Die wären einfach aneinander gestellt. So viel zum Platzverbrauch. Und wir wissen alle, was wir an Miete zahlen für 12 Quadratmeter. So, und dann noch Problem vier ist einfach mal die Ungerechtigkeit oder die gewollte Gerechtigkeit. Denn was war denn bisher der Standard, wie wir Verkehr und Mobilität geplant haben? Wer saß in den Positionen, die die Planung gemacht haben? Männer in den letzten Jahrzehnten. Und die Mobilitätsart, mit der wir geplant haben, waren Autos. Wir haben dafür geplant, dass ein Mann, der zur Arbeit fährt, möglichst schnell mit seinem Auto von zu Hause zur Arbeit kann und wieder zurück. Wir wissen, dass Frauen im Durchschnitt zum Beispiel andere Wege haben. Die haben kürzere Wege, aber viel mehr Ziele. Zum Supermarkt, zur Kita und sowas. Ich meine, das ist alles durchschnittlich gesehen. Aber es werden halt bestimmte Menschengruppen in ihren Wegen gar nicht betrachtet. Das heißt, aktuell ist der Standard oder war der bisherige Standard der Mann. Es ändert sich langsam. Aber wir haben noch viel mehr Menschen. Wir haben alte Menschen, mobilitätseingeschränkte Menschen mit Kindern. Wir haben Direktkinder, die sich auch bewegen. Wir haben Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wie mit Rollstühlen. Und 31 Prozent der Menschen, also irgendwie fast ein Drittel in Deutschland, besitzt keinen Führerschein. Die können gar nicht Auto fahren. Sei es aufgrund von Alter, dass sie noch zu jung sind. Oder aufgrund zu hohen Alters, dass sie sagen, ich gebe vielleicht sogar meine Fahrerlaubnis ab. Oder einfach, weil sie sich vielleicht auch einen Führerschein nicht leisten können. Denn wir wissen alle, dass der Geld kostet. Und dazu auch noch einfach mal die Kostenentwicklung. Die ist nicht gleichmäßig an den verschiedenen Mobilitätsarten. Autofahren wird nicht genauso sehr teuer wie ÖPNV fahren zum Beispiel. So, das sind die vier Probleme, die wir haben. Ich kann heute Abend noch mal einen Talk empfehlen von Katja Diehl um 18 Uhr. Der findet in Hamburg statt. Aber das ist ja für alle online ziemlich egal, wo das stattfindet. Sie wird einen Talk über das Thema Autokorrektur, warum wir die brauchen halten, und wird sicher auf diese Einleitung, die ich gerade kurz gemacht habe, wesentlich tiefer eingehen. Und sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Auch wenn ich ihn natürlich noch nicht gesehen habe. So, jetzt zu den Lösungsansätzen, die bisher so genannt werden. Einerseits ist es natürlich mehr Straßen bauen. Damit sind oftmals mehr Straßen für Autos gemeint. Das hilft nicht unbedingt. Denn nur weil man mehr Straßen hat, heißt es nicht, dass dort dann der aktuelle Verkehr sich besser verteilt. Nein, es wird mehr Verkehr entstehen. Es gibt dieses schöne Sprichwort, könnte man sagen, in der Verkehrsbubble. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Verkehr ist also eine Angebotsplanung. Aber deswegen funktioniert es, wenn man sagt, wir bauen Straßen zum Beispiel für Radverkehr. Weil dann auch der Radverkehrsanteil tatsächlich steigen wird. Dazu haben wir die Idee der Effizienzsteigerung. Aber das hatte ich schon vorhin. Da kommt es zum Rebound-Effekt. Dann haben wir die Idee der Antriebswende. Wir lassen einfach alle Kfz jetzt nur noch elektrisch fahren. Das ist sicher ein Beitrag zum Thema Klimakatastrophe. Wie jetzt hier alle hergestellt werden sollen, ist jetzt mal ein anderer Punkt. Bekämpft aber, wie gesagt, nur diesen einen Punkt der Klimakrise. Und nicht den Punkt allgemein, dass unsere Städte einfach nicht mehr funktionieren und nicht menschenfreundlich sind. Und dann gibt es noch den Lösungsansatz Förderung des Umweltverbunds. Das ist schön und das ist ein Pull-Faktor. Das heißt, wir probieren die Leute in die Busse zu bekommen, in den ÖPNV, aufs Fahrrad und zu Fuß. Aber nur weil wir ein Angebot schaffen dort, heißt es nicht, dass die Menschen umsteigen. Denn Mobilität ist eine unglaubliche Gewohnheit von uns allen. Wir wollen nicht morgens darüber nachdenken, wie wir zur Arbeit kommen oder wo auch immer wir hinwollen. Das heißt, das ist sehr schwierig. Deswegen sage ich und auch viele andere, wir brauchen eine echte Mobilitätswende. Wir müssen es einfacher machen für alle Menschen, sich anders zu bewegen. Und wir können aber selber ein Push-Faktor sein. Wir, jede Person im Straßenverkehr, kann ein Push-Faktor sein, der halt den Kfz-Verkehr, wo wir wissen, der ist ein sehr großes Problem in unserem Verkehr, der den ausbremst. Und das kann man sowohl zu Fuß tun, als auch mit dem Rad tun, als auch mit dem eigenen Auto tun, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Deswegen sage ich bitte, lasst uns die StVO ausnutzen, so wie sie schon ist. Nicht, dass es dort kein Verbesserungspotenzial gäbe, aber sie hat schon Potenzial, das man nutzen kann. Deswegen aber davor jetzt ein kleiner Disclaimer. Gewalt auf der Straße ist real. Es werden nicht alle Menschen der Meinung sein, dass ihr Recht habt, auch wenn ihr Recht habt. Selbst die Polizei weiß zum Teil nicht immer genau, was vielleicht gerade die Rechtslage ist. Auch gar kein Vorwurf in der Hinsicht unbedingt, weil wie kann man alle Gesetze immer gleich kennen. Natürlich ist es ein Anspruch, aber ihr müsst Bescheid wissen und ihr müsst vielleicht dann doch auch mal den Kürzeren ziehen. Das ist so. Also bitte beharrt nicht auf eurem Recht und seid euch dessen bewusst, dass das nicht alle so sehen wie ihr. Kommen wir zur ersten Kategorie, zu Fuß. Erst mal, was ist denn eigentlich Fußverkehr laut SDVO? Das ist natürlich generell erst mal auf den zwei Füßen unterwegs sein, das ist klar. Aber dazu gehört noch mehr. Dazu gehören Kinderwägen, Rollstühle, Schlitten sogar. Ich weiß nicht, wie sehr wir die noch brauchen werden in den nächsten Jahren. Aber Inlineskates gehören dazu. Skateboards sind nicht direkt mit erwähnt, aber ordnet man auch mittlerweile dem Gehweg zu. Das heißt, darunter fallen einige Mobilitätsarten. Wichtig ist aber, auch wenn die SDVO uns Möglichkeiten gibt, trotzdem soll man gefälligst als Fußverkehr, das habe ich da rechts unten nochmal bitte, die Fahrbahn unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs, Fahrzeuge sind also die, die auf der Fahrbahn fahren, zügig und auf dem kürzesten Weg queren. Also bitte nicht schräg über die Straße laufen, das ist absolut nicht in Ordnung. Bitte behindert nicht. So, und jetzt komme ich aber zu, ich hatte mir sehr viele Notizen gemacht, die ich alle gerade gar nicht nutze, zu, ich glaube, ich habe vier Tipps für den Fußverkehr. Und ich habe immer rechts in diesem grauen Kasten die Gesetzesgrundlagen mit drin oder auch manchmal Gerichtsurteile, damit ihr ein bisschen wisst, worauf ich mich beziehe, werdet das aber nicht immer mit erwähnen. Tipp 1 ist, lauft in der Kreuzung doch bitte auch mal geradeaus und nutzt eure Vorfahrt. Die SDVO ist da recht eindeutig, wenn man mit einem Fahrzeug abbiegt, muss man ja den anderen Verkehr beachten und darf den nicht einfach reinfahren und auf zu Fuß gehen, ist besondere Rücksicht zu nehmen. Das heißt hier jetzt die zwei Fahrzeuge, die von dieser, links ist eine Hauptstraße, wenn da ein Fahrzeug nach rechts abbiegen möchte in die Nebenstraße, die ich gerade geradeaus überqueren möchte, oder ein Fahrzeug von der Gegenseite, wenn das links abbiegen möchte in diese Nebenstraße, haben sie auf euch zu warten. Ist so. Klug wäre es natürlich auch sogar von den Fahrzeugen von der Gegenrichtung, vielleicht erst mal im Bereich dieser Mittelinsel zu warten, dass sie ja sowohl die Fahrbahn mit den Autos und Fahrrädern und sonstigen, als auch die zu Fuß gehen, die gerade rüber wollen, vielleicht da abwarten und dann auch wirklich rüberfahren können. Dagegen aber ein Fahrzeug, was aus der Nebenstraße kommt. Das bewegt sich ja gerade auf der Nebenstraße und das hat auch Vorfahrt für euch. Also bitte lauft dem nicht davor. Aber in dem Fall könnt ihr euer Recht nutzen und über die Straße gehen und Autos müssen auf euch warten. Das ist Tipp 1. Dann Tipp 2. An der Ampel. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. In Berlin ist es in einigen Bereichen der Stadt so, dass man, wenn man auf der Fahrbahn dann ist und es wird rot, dann wird man auch mal weggehupt. Ist nicht so. Also sollte nicht so sein. Hier seht ihr jetzt ein Bild von einer recht großen Kreuzung. Da geht gerade ein Mann mit so einem großen Rollkoffer wieder über die Straße. Er hat noch grün und betritt die Fahrbahn. Soweit alles in Ordnung. Wäre rot, dürft ihr die Fahrbahn nicht mehr betreten. Jetzt kommt aber vielleicht ein Auto, was rechts abbiegen möchte. Aktuell haben die Zufuß gehen noch grün. Alles super easy. Aber dann schaltet es auf rot um. Und das wäre jetzt der Moment, wo in einigen Bereichen Berlins jetzt gehupt wird, dass man noch bitte von der Straße rennen müsste. Müsst ihr aber nicht. Ihr müsst zügig rübergehen. Aber in der Schaltung der Ampeln, in Fachsprache Lichtsignalanlagen, ist eine Räumzeit mit einberechnet. Die wird angesetzt meistens bei 1,2 Metern pro Sekunde. Das ist schon ganz schön schnell. Kann bis zu 1,5 Meter pro Sekunde hochgehen oder mindestens 1 Meter pro Sekunde. Und die Zeit ist angesetzt, dass wenn ihr noch bei grün die Fahrbahn betretet, ihr sozusagen mit dieser Geschwindigkeit noch die Mittelinsel erreichen würdet. Und so lange wird auch der restliche Verkehr nicht freigegeben. Das heißt, da sollte auch kein Autofahnder Angst haben, dass einem da reingefahren wird oder sowas. Die Zeit habt ihr, die dürft ihr euch nehmen. Und deswegen darf auch jede autofahrende Person dort in Ruhe warten und dann erst abbiegen, wenn die Zufußgehenden wechseln. Ich habe da mehrere Bilder gemacht, wie das Auto dann vorbeifährt. Also das könnt ihr wissen. Nehmt euch die Zeit, lasst euch nicht weghetzen, aber geht zügig rüber. Und man kann an diesen Geschwindigkeiten der Räumgeschwindigkeit durchaus kritisieren, dass sie sehr hoch angesetzt sind. Denn ältere Menschen, SeniorInnen, haben eher eine Geschwindigkeit von so 0,8 Metern pro Sekunde und Menschen in Rollstühlen sogar teilweise nur 0,6 Meter. Ich war letztens längere Zeit mit Krücken unterwegs. Da überlegt man sich auch, wenn schon länger grün ist, ob man überhaupt noch auf die Fahrbahn tritt. So, ah, noch ein Bild. Dann, Tipp 3, verkehrsberuhigte Bereiche. Werden auch umgangssprachlich oft Spielstraßen genannt, sind aber keine Spielstraßen. Kurz zur Klärung. Spielstraßen wären Straßen, in denen dieses, ein roter Kreis auf weißem Grund als Verkehrszeichen angebracht ist. Was bedeutet, dass dort gar keine Fahrzeuge rein dürfen? Denada. Ist in einem verkehrsberuhigten Bereich nicht so. Da darf man mit einem Fahrzeug rein, sowohl mit einem Auto als auch mit einem Fahrrad. Aber man hat Rücksicht auf den Fußverkehr zu nehmen. Und der Fußverkehr darf die gesamte Breite nutzen. Deswegen ist hier mein Appell. Es ging ja darum, wir wollen den Kfz-Verkehr ausbremsen, um eine Verkehrswende einfacher zu ermöglichen, um ein Push-Faktor zu sein. Nutzt die Fahrbahn. Lauft dort. Es darf dort eh nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Das sind dann ungefähr 5 kmh. Übrigens die 1,5 m pro Sekunde, die wir eben bei der Ampel hatten, sind sogar schon mehr als 5 kmh. Ich glaube 5,4. Das heißt, nutzt diese Breite. Lauft in der Mitte der Fahrbahn. Das dürft ihr. Ihr müsst nicht in die Seitenbereiche. Ein sehr guter, verkehrsberuhigter Bereich wäre übrigens planausgebaut ohne ein Board. Aber das ist teuer und meistens einfach einfacher, ein Schild aufzustellen, was auch verständlich ist aus Verwaltungssicht. Genau. Nutzt das Spiel doch mit euren Kindern. Ihr dürft natürlich den Fahrzeugverkehr nicht behindern. Aber der darf auch euch nicht behindern. Also bitte nutzt den Platz. Ihr dürft da sein. Ihr seid genau die gleichen Verkehrsteilnehmenden wie alle anderen auch. So, und noch Tipp Nummer 4. Das hier ist eine Hauptstraße in Berlin mit einem Radweg links. Der ist 1,5 m breit. Kurzer Funfact. Diese quadratischen Gehwegplatten und Bodenplatten, die hier verlegt sind, die sind immer in der Diagonale 50 cm lang. Das heißt, man kann recht einfach ermitteln, wie breit das hier eigentlich gerade ist. Der Radweg ist 1,5 m breit. Der Gehweg, hier nehmen wir die Gehbahn, 1,35 m. Wenn ihr euch jetzt daneben die SDVO durchlest, steht da tatsächlich, wer zu Fuß geht und Fahrzeuge oder sperrige Gegenstände mitführt, muss die Fahrbahn benutzen. Ihr dürft niemand anderen behindern. Der Fußverkehr in Gegenrichtung ist ja auch Verkehr. Und wie wollt ihr da jetzt mal größer gedacht einen Sofa transportieren über diesen Gehweg, ohne jemanden zu behindern? Das geht gar nicht. Das heißt, bitte transportiert doch dieses Sofa auf der Fahrbahn. Also was heißt bitte? Ihr müsst es eigentlich laut SDVO tun. Es wird verwirren, es wird den Kfz-Verkehr ausbremsen, aber das ist eigentlich eure Pflicht. Man könnte sogar bei schmalen Gehwegen sagen, ihr müsstet das Fahrrad, wenn ihr das schiebt und ihr seid so breit, dann kommen keine Leute mehr aneinander vorbei, dann müsstet ihr selbst das Fahrrad eigentlich auf der Fahrbahn schieben. Wenn es kaputt ist, dann fahrt ihr nicht damit, sondern schiebt es auf der Fahrbahn. Total in Ordnung. So, das sind die Tipps zum Fußverkehr. Waren jetzt, glaube ich, vier Stück an der Zahl. Dann kommen wir jetzt zum Radverkehr. Aber hier auch erst nochmal eine kurze Begriffsklärung, falls ich die Begriffe nämlich gleich verwende. Kommt wieder. Gut. Wir haben ein Radweg. Das Bild, was ihr gerade schon gesehen habt, Radweg bedeutet, die Radverkehrsanlage verläuft im Seitenraum. Also wir haben immer eine Straße, die besteht meistens aus Seitenraum, Fahrbahn, Bord mal dazwischen, und dann wieder Seitenraum. Also dass immer was erhöht ist, ist der Seitenraum. Hier haben wir einen Radweg im Seitenraum und dann so einen kurzen Trennstreifen und dann den Gehweg. Dann gibt es noch den Radfahrstreifen, der ist auf der Fahrbahn. Und mit einer durchgezogenen dicken Linie markiert. Linie ist immer, Breitstrich sind 25 Zentimeter. Und dann haben wir noch den Schutzstreifen. Das ist eine dünne Linie von 12 Zentimetern. Ja, es könnte euch auffallen, dass ich dort das übermalt habe, weil eigentlich ist das eine breite Linie, aber in Berlin findet man tatsächlich nur sehr wenig Schutzstreifen. Und Schutzstreifen und Radfahrstreifen werden ja in der StVO unterschiedlich gesehen, je nachdem, was auch zum Beispiel Autos darauf tun dürfen oder auch nicht. Und es gibt aber auch Sonderformen, nämlich wenn der Radfahrstreifen gestrichelt ist, aber das ist zum Teil rechtlich, glaube ich, noch nicht ganz eindeutig. Deswegen habe ich nur diese drei eindeutigen Formen. So, Tipp Nummer eins. Bitte fahrt, wenn möglich, auf der Fahrbahn. Es gibt oder es gab eine allgemeine Radwegebenutzungspflicht. Diese galt bis 1998 und besagte, dass alle Radverkehrsanlagen, die da sind, dass man die nutzen muss und nicht auf die Fahrbahn darf. Wir können kurz raten, aus welcher Zeit diese allgemeine Radwegebenutzungspflicht stammte. 1936 zu den Olympischen Spielen in Deutschland. Tatsächlich mit der Idee, und das steht in einer Pressemitteilung von damals, dass die Menschen, die da nach Deutschland kamen und sozusagen Deutschland sahen, doch bitte sehen sollen, dass der Kfz-Verkehr nicht nur auf Autobahnen, sondern auf allen Straßen nicht ausgebremst wird. Schon gar nicht von Radfahrenden. Genau, diese allgemeine Benutzungspflicht wurde 1998 erst aufgehoben. Trotzdem wissen das nach über 20 Jahren erstaunlich viele Menschen auf der Straße nicht. Und jetzt gilt diese Radwegebenutzungspflicht nur noch, wenn eins dieser Schilder da ist. Also ein weißes Fahrrad auf einem blauen Grund irgendwo. Wenn ein Fahrrad auf dem Boden aufgemalt ist, auch mit einem blauen Grund zum Beispiel, bedeutet das jetzt erstmal nichts. Also wenn ihr einen Radweg habt im Seitenbereich und da ist so ein weißes Fahrrad aufgemalt, hat das keine Bedeutung, außer dass es ein Hinweis ist, hey, hier könnten ja Fahrräder sein, kannst du nutzen. Aber wenn etwas auf dem Boden gemalt ist, ist es noch kein Verkehrszeichen. Nur wenn es an einem Schild ist, dann ist es ein Verkehrszeichen. Und trotzdem haben wir, und dann müsst ihr den Radweg oder was auch immer da für eine Infrastruktur ist, nutzen. Aber selbst da gibt es Ausnahmen, nämlich wenn diese Radverkehrsinfrastruktur nicht benutzbar ist, zum Beispiel durch extrem starke Wurzelschäden, durch immer drauf parkende Fahrzeuge oder auch jetzt gerade bei dem schönen Wetter durch Eis oder durch Schnee, der nicht geräumt wurde, dürft ihr auf die Fahrbahn. Und der Vorteil ist, wenn ihr auf der Fahrbahn fahrt, dass einfach einerseits ihr natürlich ein Teil des Verkehrs auf der Fahrbahn seid, den ein bisschen ausbremst, euch den Raum nehmen, den ihr haben dürft, aber auch, dass ihr einfach sichtbarer seid. Wenn ihr auf dem Radweg im Seitenraum fahrt, gibt es in Kreuzungsbereichen recht schnell das Problem, dass halt Kfz-Fahrende euch nicht so gut sehen. Und das kann man hiermit vermeiden, wenn man direkt auf der Fahrbahn fährt. So, Tipp 2, wenn ihr schon auf der Fahrbahn seid, dann fahrt doch bitte in der Mitte des Fahrstreifens. Es gibt ein Rechtsfahrgebot, ja, und das wird auch gerne immer wieder angewendet. Aber das Rechtsfahrgebot heißt nicht, dass ihr in der Rechts keine Abstände einhalten dürft oder auch müsst. Auch mit einem Auto zum Beispiel fahrt ihr ja nicht so, dass ihr über jeden Gulli, die da so sehr an der Seite sind, fahrt und dann eure Felgen irgendwann an Bord schaben oder sich die Spiegel der Autos, der Parkenden berühren. Es gibt mittlerweile einen festgelegten Überholabstand in der StVO seit der Neuerung der Novelle in 2020. Der ist festgelegt innerorts auf 1,5 Meter. Das ist erstmal endlich fest. Vorher waren es immer nur Gerichtsurteile. Dann haben wir noch die Breite einer radfahrenden Person, die man ansetzen kann. Das sind jetzt mal keine Lastenräder mitgedacht. Da wird in der Ära der Empfehlung für Radverkehrsanlagen, die oftmals eigentlich immer angewendet wird, von 80 Zentimetern bis einem Meter ausgegangen. Dann noch ein zulässiger Abstand zum Fahrbahnrand. Und das sind jetzt alles Gerichtsurteile. Der liegt auch bei 80 Zentimeter bis einem Meter Abstand zu parkenden Autos mindestens einen Meter aus verschiedensten Gründen nämlich und auch Gerichtsurteile. Einerseits die Dooring-Gefahr, also dass Autotüren aufgehen können und die können auch mal breiter sein als einen Meter, je nachdem, was das für ein Auto ist. und auch selbst wenn Autos nicht längst zu fahrbaren parken, wo ihr diese Dooring-Gefahr habt, sondern selbst wenn ihr, wenn Autos senkrecht zu fahrbaren oder schräg parken, wenn die vorwärts eingeparkt haben und rückwärts raus müssen, haben sie ein sehr, sehr schlechtes Sichtfeld. Und das heißt, je mehr Abstand man von diesen parkenden Autos hält, desto eher kann man einerseits ausweichen überhaupt noch und andererseits desto eher könnt ihr auch gesehen werden von ausparkenden Autofahrenden. So und dann haben wir auch noch den Abstand zum Gehweg, wo auch circa ein Meter angesetzt wird. Und ich werde euch jetzt in der nächsten Folie gleich mal aufzeigen, warum ihr auf einem Fahrstreifen tatsächlich gar nicht mit genug Abstand, also legal von einem Auto überholt werden könnt. So hier haben wir zwei Fahrstreifen, rechts keine parkenden Autos, rechts direkt der Bord und ein Gehweg, obwohl der hat zum Beispiel nochmal so ein Unterstreifen, also die Gehbahn ist ja ein Stück weg vom Bord. Hier ist ein Fahrstreifen drei Meter breit. So, wenn wir hier jetzt diese verschiedenen Werte mal ansetzen, erst 80 Zentimeter Abstand zum Bord, den hatten wir eben. Dann setzen wir uns da mit unserem Fahrrad hin und sagen, okay, wir haben ein schmales Fahrrad, wir sind auch schmal, wir nehmen mal den geringen Wert von auch 80 Zentimetern. Wer subtrahieren kann, merkt, hier bleiben noch 1,4 Meter. Selbst 1,4 Meter sind weniger als 1,5 Meter, die die STVO Überholabstand fordert. Also es gibt gar keine Option, dass dort jemand, also ein Kfz, euch auf diesem Fahrstreifen überholen kann. Deswegen könnt ihr auch dort fahren. Ich sage immer so ein Drittel, das ist meistens so die Fahrrille von dem rechten Autoreifen bis so die Mitte ist wunderbar und bringt halt auch Autofahne dazu, euch ordentlich zu überholen und halt den Fahrstreifen zu wechseln. Und bremst insgesamt halt den Autoverkehr wieder ein wenig aus und macht es ein bisschen unbequemer, aber gerechter. Und hier haben wir nochmal ein Beispiel mit drei Fahrstreifen und aber parkenden Autos rechts. Und selbst, wenn man jetzt sagt, wir betrachten nicht nur den Fahrstreifen, sondern setzen wirklich unsere Maße an von den parkenden Autos an, dann setzen wir hier den Meter mindestens an. Wir haben gesagt, dieser Fahrstreifen ist drei Meter breit, stimmt in dem Fall da nämlich auch noch. Ein Auto ist meistens so bis zu zwei Meter breit, auch vielleicht ein bisschen breit, aber das ist so das Maß. Das heißt, da bleibt noch ein Meter übrig bis zu der Linie. Dann setzen wir uns dahin, 80 Zentimeter, dann der Überholabstand von 1,5 Metern und dann bleiben noch 70 Zentimeter auf unserem Fahrstreifen. Wenn ein Auto meistens zwei Meter breit ist, reicht es nicht aus, dass ein Auto hinpasst und es würde immer noch 1,3 Meter in den linken Fahrstreifen reinragen. Somit belegt es diesen Fahrstreifen sowieso und kann den auch gleich ganz benutzen, denn da sind wie gesagt noch diese 1,7 Meter nur übrig. Vielleicht könnte da noch jemand auf dem Motorrad sein, aber es wäre unangenehm. So, deswegen auch hier gibt es keinen Grund, tatsächlich, also man kann auch so weit rechts fahren, wenn man das möchte natürlich, aber das gibt Leuten die Option, euch enger zu überholen, deswegen fahrt auch dort in der Mitte des Fahrstreifens, weil ihr könnt auf diesem Fahrstreifen nach wie vor nicht legal überholt werden. So, und hier nochmal, das ist die Linienstraße in Berlin, ist eine Nebenstraße und eine Fahrradstraße und hier wurde, das ist ganz schön mal zu sehen, tatsächlich dieser Abstand, die Dooring Zone markiert. Und man sieht ganz gut, wie diese Autotüren, das ist nicht mal eine riesige Autotür, halt schon unglaublich weit da reinragt. Es gibt immer noch Radfahren, die die leider genau in der Dooring Zone fahren und ich weiß auch noch nicht so richtig, wie man das verhindern kann, aber der Radfahrer auf der anderen Seite, der macht das schon ganz gut. Ist darauf, dass er freihändig fährt und man das nicht darf. Und auch nur noch ein Hinweis, weil da wurde mir gesagt, dass das Leute gar nicht wissen, ich weiß es tatsächlich auch noch gar nicht so lange, diese gestrichelte Linie in der Mitte, das ist kein Verkehrszeichen, das hat keine Bedeutung, das ist nett. Grün ist aber keine Verkehrsfarbe, also Verkehrszeichen auf der Fahrbahn sind weiß, wie überall, oder wenn sie temporär sind, bei Baustellen gelb. Andere Farben gibt es da nicht, das heißt, alles, was da in rosa, grün, pink, blau, wie auch immer auf die Fahrbahn gemalt, das hat keine Bedeutung. Aber es kann Leuten helfen zu sehen, wo bin ich denn hier gerade eigentlich auf der Fahrbahn und sich selber besser einzuordnen. Aber man kann da rüberfahren, gar kein Ding. So, und dann nochmal, ah ja, der nächste Tipp ist nämlich Fahrten nebeneinander. Hier ein Beispiel aus genau der gleichen Straße mit einem schönen Beispiel von zwei Polizistinnen, die nebeneinander fahren, das ist erstmal schön, leider fährt die eine in der Doering Zone, das ist nicht so schön, aber ihr dürft nebeneinander fahren. Das war schon vorher in der SDVO so, dass man das durfte, allerdings war es damals noch nicht ganz so eindeutig formuliert. Also eigentlich war es genauso eindeutig formuliert, es wurde tatsächlich nur der Satz umgestellt, aber jetzt steht am Anfang, mit Fahrrädern darf nebeneinander gefahren werden, Punkt. wenn der restliche Verkehr nicht behindert wird. Und wenn ihr dort nebeneinander fahrt, wird niemand mehr behindert, als dass ihr sowieso da seid und Teil des Verkehrs seid. Deswegen gilt das nämlich auch auf genau diesen Fahrstreifen, die wir eben schon hatten. Denn wenn Kfz-Verkehr sowieso den Fahrstreifen wechseln muss, um euch zu überholen, dann könnt ihr da auch zu zweit nebeneinander fahren, denn muss ja eh gewechselt werden. Also ihr seid sozusagen zu zweit ja nicht mehr ein Hindernis als alleine. Ihr würdet eigentlich alleine fast mehr Platz einnehmen, könnte man auch argumentieren. Das heißt, hier passen zwei Radfahrende wunderbar nebeneinander und das Auto kann dann auf dem anderen Fahrstreifen überholen. Deswegen Fahrt nebeneinander, seid euch dessen bewusst, dass Radfahren durchaus wie jede Art der Mobilität eine soziale Aktivität sein kann. Wir kennen das wahrscheinlich, ich weiß ja am Ende nicht, wie andere früher zur Schule gekommen sind, ich bin viel mit dem Bus oder der U-Bahn gefahren, da hat man die ganze Zeit geredet, im Auto sitzt man nebeneinander und kann miteinander reden nur auf dem Fahrrad nicht. Nee, könnt ihr. Macht es. Nutzt die Zeit. Kann schön sein. So, dann ein weiterer Tipp, parken. Fahrräder sind ja, wie ich schon gesagt habe, Fahrzeuge. Und das heißt, und Fahrzeuge, fahren zum Parken auf den rechten Seitenstreifen, an den Fahrbahnstreifen, auf Parkstreifen, auf Parkstreifen oder an den Fahrbahnrand, so wie genau auch dieses Auto. Und dazu steht aber auch noch in der STVO, dass bitte Platz sparen zu parken ist. Das heißt, da würde ich eigentlich jetzt das so verstehen, wenn da jetzt kein Auto wäre, dann würde ich natürlich mich parallel zum Bord hinstellen, weil dann insgesamt mehr Fahrbahn übrig bleibt. Wenn aber jetzt da schon ein Auto steht, was ja zwei Meter meistens breit ist und ein Fahrrad ist auch sehr oft ungefähr zwei Meter lang, dann könnte man sich eigentlich auch senkrecht zur Fahrbahn hinstellen. Und so werden ja auch tatsächlich Fahrradbügel auf der Fahrbahn angelegt. Da parkt man dann sehr oft senkrecht zur Fahrbahn. Darf man also machen. Ich glaube, das größte Hindernis ist je nach Stadt eher, ob das Fahrrad dann auch noch danach da ist, weil man es ja schlecht anschließen kann. Aber gerade Menschen, die irgendwie, wenn man nur mal kurz einkaufen geht und man hat diese schönen Schlösser, die kurz durch die Speichen gehen, wenn man den Schlüssel abzieht und dann kann man zumindest mit diesem Rad nicht wegfahren, das ist ja schon mal ein Hindernis, wenn das jemand tragen muss, gerade bei Stahlfahrrädern ist es auch sehr anstrengend, die wegzutragen, dann kann das schon mal eine Option sein. Man kann auch einfach, wenn man was nachgucken will oder kurz eine Pause braucht, man kann in den Fahrbahnrand ranfahren. Ihr könnt da auch nicht weggehubt werden oder sowas. Ihr seid genauso ein Fahrzeug und dürft da rumstehen. Total legal. Allerdings, das geht auf jeden Fall tagsüber. Nachts ist es schwieriger, dann muss es eigentlich beleuchtet sein, innerorts, aber irgendwie nur indirekt oder wenn genug Laternen da sind. Auf jeden Fall zu empfehlen, ist eine Parkwarntafel, wenn man es nachts auf der Fahrbahn alleine stehen lassen will. Aber ich glaube, das würden die wenigsten tun, denn dann ist es am nächsten Tag wirklich nicht mehr da. So. Und jetzt noch, wie ihr den Gehweg benutzen könnt, wenn ihr wollt. Denn viele, je nachdem, wo man auch so wohnt, wo zum Beispiel die Fahrbahn Kopfsteinpflaster ist, machen es Radfahrende ja gerne, dass sie doch auf dem Gehweg bis zur nächsten Straße fahren, die dann auch asphaltiert ist. Das ist verständlich, aber nicht cool und illegal und müssen uns immer wieder in den Kopf rufen, dass auf dem Gehweg einfach mal die schwächsten Verkehrsteilen hin sind. Wenn ihr da, ich sag immer, denkt immer sowohl an das Kind, was zehn Jahre alt ist, als auch an irgendwie Oma oder Opa, die schon 85 sind. Alle bewegen sich dort. Aber ihr dürft, weil da haben Gerichte entschieden, Radfahren tut man ja erst, wenn man auf dem Fahrrad sitzt und beide Füße auf dem richtigen Pedal hat, um auch treten zu können. Das heißt, wenn ihr auf eurem Fahrrad rollt, also es wie einen Roller benutzt, dann seid ihr kein Fahrrad. Ihr fahrt zumindest kein Fahrrad. Und so könnt ihr euch halt auch durch Fußgängerzonen ein bisschen schneller bewegen, Rücksicht nehmen müsst ihr natürlich trotzdem wie immer auf alle Verkehrsteilnehmenden und auch auf Gehwegen. Also nutzt das, stellt euer, also je nachdem von welcher Seite ihr euer Fahrrad schiebt, ich kann es zum Beispiel auch gar nicht von rechts schieben, stellt euren rechten Fuß aufs linke Pedal oder andersrum und stoßt euch mit dem anderen ab und rollt da lang. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das war ein, nein, ein Tipp habe ich noch zum Radfahren, ist nämlich das direkte Dings abbiegen. Die SDVO ist da eigentlich recht eindeutig, nämlich wer mit dem Fahrrad nach links abbiegen will, braucht sich nicht einzuordnen. Das führt dazu, dass halt viele Menschen indirekt abbiegen, was auch absolut die entspanntere und sichere Variante ist, würde ich sagen. Das heißt, indirekt heißt, ihr fahrt zum Beispiel jetzt hier auf diesem Radfahrstreifen mit gestrichelter Linie, fahrt ihr erst einmal geradeaus über die Kreuzung, stellt euch da in der Ecke auf und dann fahrt ihr, wenn es nach links wieder grün ist, fahrt ihr dann dort rüber. Das ist indirektes Abbiegen, ihr müsst halt zweimal warten. Macht nicht so viel Spaß manchmal. Ihr habt aber tatsächlich die Option hier, euch da links einzuordnen zu den Autos auf dem Fahrstreifen, der nach geradeaus und links darf. Das ist absolut legal. Es ist auch legal, wenn der Radfahrstreifen benutzungspflichtig ist, aber es ist nicht ganz eindeutig gesagt, wann ihr euch da einordnen sollt. Aber generell geht es. Also für Leute, die da nicht warten wollen oder nicht indirekt abbiegen wollen, es ist auf jeden Fall legal, das zu tun. Und es gibt für mich zum Beispiel einige Kreuzungen, bei denen ich das gerne mache, weil die sind so auch riesig. Da habe ich auch einfach tatsächlich einen wesentlich kürzeren Fahrweg. So. Und jetzt noch am Ende ein paar kurze Fun Facts oder viele Sachen, die halt missverstanden werden im Verkehr, gerade mit Fahrrädern, ist, ja, ihr dürft auf dem Rad Musik hören. Genauso wie ihr auch im Auto Musik hören dürft. Und das Auto ist auch Kopfhörer nicht spezifisch verboten. Ihr dürft halt, also ihr müsst immer noch euch sicher sein, dass ihr eure Umgebungsgeräusche irgendwie wahrnehmen könnt. Und sicher Autofahrt oder Radfahrt. Das heißt, natürlich wäre es irgendwie nicht so sinnvoll, irgendwie den lautesten Techno oder Metal auf den Ohren zu haben. Aber Navigation oder was auch immer, also ihr müsst halt eure Umgebungsgeräusche wahrnehmen und seid euch das bewusst im Auto, seid ihr ja gleich sowieso nochmal viel mehr abgeschirmt. Da hört ihr ja viel, viel weniger. Also deswegen generell ist das erstmal illegal. Es kann euch nicht vorgeworfen werden, dass ihr Kopfhörer drauf habt, aber bitte fahrt so, dass ihr trotzdem noch was hört. Dann, ja, ihr dürft euer Handy bedienen, aber halt nicht während der Fahrt. Generell steht in der SDVO, dass ein Fahrzeug stehen muss, wenn man da ran will. Und nur bei Kfz ist es halt noch weiter vorgeschrieben, dass es auch, dass der Motor abgeschaltet sein muss. Aber das ist ja bei den meisten Fahrrädern nicht der Fall. Genau, also beim Fahrrad müsst ihr nur stehen. So, und dann tatsächlich noch kurz zusammengefasst, ihr dürft auf dem Fahrrad nicht freihändig fahren. Ihr dürft auch die Füße generell nicht von den Pedalen nehmen, wobei ich mich ein bisschen frage, wann die Lage ist, dass man das darf. Ich würde jetzt mal schätzen, wenn man durch Matsch oder große Pfützen fährt. Da mache ich das zumindest. Und ihr dürft euch bitte auch nicht an andere Fahrzeuge anhängen. Das halte ich allerdings sowieso für äußerst gefährlich. So, und dann noch ein schöner Punkt, weil einem das vielleicht in der Stadt öfter passiert, dass man angehubt wird. Hupen in Ortschaften ist nur als Gefahrensignal, Warnsignal erlaubt. Was man dann mit dieser Info in dem Moment macht, ist natürlich die eigene Sache. Vielleicht fragt man auch mal nach, was gerade die Gefahr war. Aber generell dürft ihr eigentlich nur wegen Gefahren angehubt werden. So, und dann kommen wir jetzt zum Autoverkehr. Und ich glaube, beim Autoverkehr ist einfach wichtig zu sagen, es gibt ja viele Menschen, die sich ein Kfz-Fort bewegen aus verschiedensten Gründen. Und ich finde, das muss man auch immer noch mal sagen, Menschen fahren nicht unbedingt Auto immer, weil sie es geil finden. Und dazu wird ja auch Katja Diehl heute Abend um 18 Uhr wahrscheinlich noch mal was sagen, weil die hat ein Buch darüber geschrieben. Aber Menschen machen ja auch Erfahrung im öffentlichen Straßenverkehr. Im Auto ist man einfach mal geschützt. Es gibt also Menschen, die fahren auch Auto, weil es für sie die sichere Option ist. Aber trotzdem, wenn ihr Auto fahrt, ihr müsst das Auto sicher beherrschen. Das ist erstmal das Allerwichtigste und eine Fahrerlaubnis haben natürlich. Und deswegen kann ich als ersten Tipp nur geben, fahrt langsamer. Denn die SDVO sagt, die Gefährdung von Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen muss erstmal ausgeschlossen sein. Das müsst ihr sichern, wenn ihr Auto fahrt. Es darf nicht dazu kommen können, dass ihr jemanden verletzt. Und deswegen passt ja auch die Sicherheit, die Geschwindigkeit an und zwar an die Verkehrssicht und Wetterverhältnisse. Und wenn der Verkehr unübersichtlich ist, fahrt langsamer. Wenn das Wetter unangenehm ist, ihr nicht so gut seht, wenn da Schneetreiben ist, Regen, Dunkelheit, viele Menschen sehen ja tatsächlich bei Dunkelheit nicht so gut, dann fahrt langsamer. Ihr seid dafür verantwortlich im Auto, dass der Verkehr, also dass ihr euch sicher bewegt. Und ihr müsst es auch an eure persönlichen Fähigkeiten anpassen. Und ich meine, wir wissen, dass die meisten Menschen sich als überdurchschnittlich gute Autofahrende begreifen, was natürlich nicht funktioniert. Aber wenn ihr vielleicht ehrlich seid zu euch selbst und sagt, ich fahre voll selten Auto, ich bin keine so sichere Autofahrerin wie ich zum Beispiel, tatsächlich, dann fahre ich halt langsamer, einfach um sicher Auto zu fahren. Und auch natürlich müsst ihr die Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung bedenken. Ich meine, natürlich sind irgendwie die Fahrzeuge, die man im Carsharing kriegt, geile Neuwagen, die natürlich irgendwie von jetzt auf gleich sofort bremsen. Aber wenn man so ein älteres Ding hat, was da noch so, wo die Bremse sehr lange durchgedrückt werden muss, ehe da was passiert oder so, bedenkt das mit. Und fahrt einfach vielleicht zur Sicherheit ein bisschen langsamer. Denn auch bei den allergünstigsten Bedingungen gilt immer nur noch die maximale zulässige Höchstgeschwindigkeit. So. Das ist ein wichtiger Punkt und einfach, damit ihr euch nochmal, damit ihr nochmal seht, warum eigentlich. Ich habe hier nochmal rausgesucht, die Todeswahrscheinlichkeit, wenn eine gehende Person von einem PKW gerammt wird, sag ich jetzt mal, wenn es einen Aufprall gibt. Und bei 30 kmh liegt die Todeswahrscheinlichkeit bei 30%. Bei 50 kmh schon bei 80%. Das heißt, wer mit 50 kmh durch die 30er-Zone fährt, sollte das im Kopf haben. Und wer auch mit 60 durch 50, durch eine 50er-Zone fährt, sollte auch das im Kopf haben, dass da dann die Wahrscheinlichkeit des Todes bei 100% liegt. Deswegen, ihr seid ein Teil des Verkehrs und das gilt, finde ich, also das gilt auch für den Radverkehr. Ihr seid immer noch stärkere Verkehrsteilnehmer zum Beispiel als der Fußverkehr. Seid euch dessen bewusst und verhaltet euch so. Und deswegen, das Schöne ist, wenn zum Beispiel auf einer Fahrbahn mit zwei Fahrstreifen sich nur zwei Autos nebeneinander, also zwei Autofahrende, an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten oder weniger schnell fahren, fährt auch der ganze Rest sicherer am Ende, weil der auch langsamer fährt. So, dann noch das Überholen. Darüber hatten wir jetzt vorhin im Fahrradteil schon ein bisschen gesprochen. Wenn Fahrstreifen vorhanden, dann wechseln, wenn ein zweiter Fahrstreifen vorhanden. Wenn keiner da ist, überholt halt nicht. Wartet kurz. So eilig könnt ihr es nicht haben. Bremst dadurch auch gerne den anderen Autoverkehr aus. Die Gesetzesgrundlagen sind teilweise ein bisschen unterschiedlich, warum man 1,5 Meter einhalten muss, denn jetzt ist es ja mittlerweile in der STVO. Früher war es nur das Rücksichtnahmegebot und dann haben Gerichte trotzdem auf 1,5 Meter geurteilt. Also am Ende heißt es, haltet das immer ein und wenn ihr es nicht könnt, wird überholt nicht. Habt Geduld mit dem Verkehr und mit euch drumherum. Deswegen kann ich nur sagen, seid rücksichtsvoll im Verkehr, auch beim Abbiegen, das hatten wir dann auch. Wartet einfach. Es gibt eine Räumzeit, ihr könnt da rumfahren, erst dann bekommen andere Fahrzeuge grün. Natürlich fahrt auch nicht auf Knotenpunkte rauf, wenn er voll ist und ihr nicht runter könnt und parkt auch nicht so, dass ihr andere gefährdet. Zum Beispiel in zweiter Reihe und Radfahrende müssen ausweichen. Kinder ab 10 Jahren müssen auf die Fahrbahn nach STVO. Die müssen in den restlichen Fließverkehr ausweichen. Parkt nicht im Kreuzungsbereich, da können nämlich dann zu Fußgehende schlechter sehen und kommen nicht über die Straße. Parkt nicht auf Radverkehrsinfrastrukturen und auch nicht auf Gehwegen. Ich habe hier kurz noch mal ein paar Beispiele. Dieser Mensch hat sehr schlecht geparkt, halb auf dem Gehweg, halb auf dem Radweg. In dem Fall ist es sogar noch mal unangenehmer, weil tatsächlich dieser Kantenstein zwischen Radweg und Gehweg leicht erhöht ist, sodass man noch mal viel schlechter auf den Gehweg kommt, auf den man ja auch gar nicht fahren darf dann. Hier standen vorher parkende Autos, haben sich noch ein paar davor gestellt und jetzt weiß ich auch nicht, wie meine Oma mit 85 Jahren da mit dem Rad durchkommen soll. Oder hier Abbiege-Spur für Autos und anstatt auf der eigenen Spur zu warten, ehe man da rüber kann, wird der Radweg vollgestellt. Bitte macht es einfach nicht, denn es gefährdet einfach Menschen und am Ende ist der Verkehr dadurch auch nicht schneller. Hier auch noch mal sogar ein Fahrschulauto, ich sage jetzt nicht welche natürlich, parkt nicht auf dem Gehweg. In dem Fall, ich meine, ist auch noch viel Platz, kann man alles sehen, aber der Gehweg geht dadurch auch kaputt, er ist nicht dafür ausgelegt, dass dort honnenschwere Fahrzeuge draufstehen und am Ende die Gehweg-Platten verschieben sich, jemand stolpert oder auch es muss einfach gemacht werden, kostet Geld den Steuerzahler. Hier ist ein, das ist eine markierte Gehweg-Vorstreckung sozusagen, ist die Sicht eingeschränkt. Sowohl die Leute, die queren wollen, die zu Fuß gehen, werden schlechter gesehen als auch, können selber schlechter gucken. Hier wird auf dem, Zebrastreifen geparkt, Fußgängerüberweg, übrigens SDVO sagt, fünf Meter davor und dahinter immer frei, das heißt nicht nur dieses größere Auto hier vorne parkt illegal und schränkt die Sicherheit von zu Fuß gehen ein, sondern auch dieser kleine Smart da hinten übrigens. Und das gilt übrigens auch für Roller und für Fahrräder, also auch wenn ihr mit Fahrrädern auf dem Gehweg parkt, parkt nicht so, dass es in die Gehbahn reinragt und dann zum Beispiel blinde Personen, die orientieren sich an dieser Gehbahn und diesem kleinen Steinpflaster an den Seiten, dann sind da auf einmal Fahrräder, in die sie reinlaufen. Das ist einfach nicht cool. Und am Ende noch ganz kurz weitere Optionen, weil das hatte ich zumindest in meiner Beschreibung meines Vortrags mit erwähnt. Ihr könnt protestieren, ohne zu demonstrieren. Es gibt in vielen Städten Critical Masses, denn ihr fahrt mit Fahrrädern ab 16 Personen in einem Verband. Das könnte man auch theoretisch noch und vielleicht ist das jetzt, wäre das interessant, ich weiß nicht, ob man da irgendwas programmieren kann, dass Leute sich auch für ihre Arbeitswege verabreden können, denn in großen Städten, wenn alles zentral in die Mitte geht, fahren so viele Menschen Rad morgens, dann könnte man auch zusammen zu 16 mindestens irgendwie auf der Fahrbahn gemeinsam fahren und transportiert eure sperrigen Gegenstände zu Fuß auf der Fahrbahn. Ihr müsst es ja sogar, also nutzt das doch mal. Dann meldet Demos auf Autobahnen an, nutzt den Raum, den ihr da habt. Es ist Verkehrsraum, ihr könnt, warum solltet ihr da nicht lang können? Dann sprecht Menschen an, also auf der Straße, wenn sie Sachen machen, die halt einfach andere gefährden oder auch sich selbst. Also zum Beispiel, wenn Menschen in der Doring-Zone Fahrrad fahren, das ist halt einfach auf sehr vielen Ebenen unklug. Man kann sogar zum Teil Teilschuld bekommen vor dem Gericht. Und dann letzter Punkt und der wird sehr ambivalent diskutiert, das weiß ich, aber ich bin der Meinung, dass die Behörden ja dafür verantwortlich sind, die Sicherheit im Straßenverkehr auch herzustellen. Aber auch Sicherheits- und Ordnungsbehörden können nicht überall gleichzeitig sein. Deswegen, wenn Gefahren im Straßenverkehr sind, die halt Kinder und alte Menschen zum Beispiel einschränken oder euch, gebt Bescheid. Die können auch, können abgeschleppt werden, Fachwort Umsetzung. Oder nutzt halt solche Webseiten wie Wegli oder auch die Wegeheld-App, da kann man dann direkt der Bußgeldstelle was melden und auch eine schöne Anleitung, um mit Ordnungsamt oder Polizei besser zu telefonieren und die richtigen Worte zu finden, findet ihr unter abschleppgruppe.de. Das wäre tatsächlich meine ganz gute, ach nee, Entschuldigung, noch zwei Folien. Und hier nehme ich ein Beispiel, hier sieht man so ein schön, ein großes Fahrzeug mit so einem Kran drauf, was sowohl auf einem Radfahrstreifen parkt, als auch vor einem FGU, einem Zebrastreifen. und selbst das Ding kann abgeschleppt werden. Daher es geht, kann man machen. Und deswegen kann ich nur Danke sagen, das sind sozusagen nochmal alle Tipps kurz zusammen aufgelistet. Habt Spaß dabei, die StVO so zu nutzen, wie sie für euch auch gemacht wurde, damit alle sicher durch den Straßenverkehr kommen. Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich habe hier schon ein paar Fragen, aber falls ihr das jetzt im Stream seht und denkt, da wollte ich jetzt noch eine Frage stellen, schickt uns die gerne, dann kommt ihr hier gleich noch rein. Uns hat, genau, erste Frage, wie ist das mit dem Nebeneinanderfahren von Fahrrädern, wann wäre das denn eine Behinderung? Du hast ja gesagt, das ist vermutlich keine Behinderung, aber in welchem Fall müsste man sich denn da Gedanken machen und dann doch hintereinander fahren? Na, wenn ich, wenn ich denke, dass zum Beispiel eine Nebenstraße, also jetzt denken wir mal kurz, wir können ja mal kurz rechnen, also ein Fahrrad, 80 Zentimeter, zweites Fahrradabstand dazwischen, sagen wir nochmal, also wir haben 1,60, sagen wir 2 Meter, sind zwei Fahrräder breit und ein Fahrrad wäre ja nur 80 Zentimeter plus 1,5 Meter, das sind zusammen dann, nochmal helfen, 2 Meter, noch was. Also im Sinne von, wenn ein Auto einen einzelnen Radfahrer oder eine Radfahrerin mit Abstand überholen könnte in diesem Bereich und man dann nebeneinander fährt und sozusagen man diesem Kfz die Möglichkeit des Überholens nimmt, dann würde ich sagen, wäre es nett, in dem Moment vielleicht mal hintereinander zu fahren, damit dieses Auto überholen kann. Passiert aber, glaube ich, nicht oft und gerade in Nebenstraßen sind eh nur 30 kmh erlaubt, also meistens sind es der Tempo 30 Zonen, ob dann da wirklich überholen sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber es gibt, es kann Fälle geben, ja. Okay, aber das heißt, das ist nicht so viel. Dann habe ich hier noch eine Sache und zwar, ich sage jetzt einfach, wie das hier reingekommen ist, hat sie, du, eine Ahnung davon, wie gefährlich das ist, wenn Mensch so fährt wie vorgeschlagen, Klammer auf, ich mache das nämlich und werde teilweise bedroht und teilweise körperlich angegangen, Klammer zu. Na ja, Menschen sind halt Menschen, die reagieren alle unterschiedlich und es gibt Menschen, die reagieren verständnisvoller und andere, die reagieren nicht verständnisvoll und vielleicht auch gewalttätig, deswegen ja am Anfang auch mein Disclaimer, so Leute, passt auf, so bei dem, was ihr tut und ich meine, ich habe damit jetzt, ja, einige würden mich als militante Radfahrerin oder Kampfradlerin vielleicht auch manchmal bezeichnen, ich habe da selber wenig Scheu, was aber auch daran liegt, dass ich tatsächlich mein Recht kenne und auch sehr ruhig bleibe, also wenn mich, ich habe dann mehr den Konflikt mit Autofahren, dann muss man ja sagen, wenn die mich angehen, dann, ich bin da sehr ruhig und wenn sie die Polizei rufen wollen, dann können sie das auch tun, hatte gerade letztens tatsächlich einen schönen Fall, wo einer sie gerufen hat und die Polizei dann nur feststellen konnte, dass er ein Problem hatte, aber nicht ich, das war tatsächlich, man war ein bisschen 30 Minuten vertane Zeit, aber klar, es kann, ich würde immer sicher sein, dass ich aus der Situation noch rauskomme, mich haben auch schon mal Menschen mit einem Auto eingekeilt mit dem Fahrrad, da schnell raus, weil wenn man da nicht mehr wegkommt, hat man natürlich ein Problem, das ist von Situation zu Situation, das ist vielleicht auch Training, wie man sich wohl fühlt, also natürlich nie ein unnötiges Risiko eingehen, bitte nicht. Und hast du denn Tipps, wie man damit umgeht, also wenn Leute, wenn jetzt Autos extrem hupen oder Leute aussteigen und jemanden anpöbeln oder zum Beispiel auch, wenn Autos tatsächlich zu knapp überholen, was sicherlich uns allen schon mal passiert ist, also wie man mit derartigen Anfeindungen und Raumeinnahmen von Autos am besten umgeht? Also es gibt ja die, ich bin da halt mittlerweile, hab da wenig Hemmungen, auch bei engen Überholvorgängen, das ist ja dann meistens vorbei, wenn man überholt wurde, wenn man sich das Kennzeichen merken kann, ist das schön, wenn man mit Kamera fährt, ist das auch schön, aber das ist nochmal rechtlich eine andere Sache, weil im Loop-Modus und darf nicht unnötig gespeichert werden, bla bla, mittlerweile werden die aber zum Teil als Beweismittel anerkannt, aber da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Jetzt hatte ich gerade letztens wieder einen Fall, wo mich jemand sehr eng überholt hat und mich dann sogar ausgebremst hat, direkt davor, dem wäre ich fast reingefahren. In dem Fall hatte ich sogar einen Zeugen hinter mir und das ist natürlich das Schönste, wenn man einerseits erst die autofahrende Person anspricht und ich meine, wenn ich dann eine Entschuldigung kriege oder sage, oh, habe ich nicht mitbekommen, dann gucke mehr, aber dann tatsächlich gucken, wenn man Zeugen oder Zeuginnen hat, Daten aufnehmen und danach Anzeige bei der Online-Wache. Finde ich rigoros. Wird oftmals eingestellt und so, aber ich denke, allein für die Statistik finde ich es wichtig, dass es da drin ist. Prima. Das hilft auch vielleicht der einen oder anderen Person. Und vielleicht noch einfach wirklich, wenn man sich sicher ist, dann kann ja auch die andere Person sagen, ich rufe die Polizei oder irgendwas, dann können sie das ja tun, das ist ja okay. Also dann klärt man das halt mit den Behörden, die mehr wissen, das ist total in Ordnung, dafür muss man sich dann halt die Zeit nehmen. Aber das ist immer eine Option. Super, dann könnte das ja vielleicht die eine oder andere Person inspirieren, zu mehr rechtebewusstem Fahrradfahren. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Und wir machen weiter, ich glaube um 16 Uhr, mit einem Vortrag zu den Facebook-Files. Und das war der erste Vormittag aus der Seabase. Dankeschön. Everything is licensed under a CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody. Vortragsammbrofon. Ich PROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROP Public Art 10 Uhr, Vortragsammbroku